In diesem Video möchte ich über Layer 2 Skalierungslösungen sprechen zum einen, die eine große Möglichkeit für Airdrops bereithalten, denn diese könnten wahnsinnig groß ausfallen. Zum anderen möchte ich auch über Plattformen sprechen, auf denen du eine hohe API, also eine hohe Rendite erzielen kannst für deine Stablecoins. Denn der Markt der Wein in letzter Zeit recht volatil und hat viele Kaufgelegenheiten, vor allem bei den Altcoins, geboten. Und das ist eine Gelegenheit, die du dir auf keinen Fall entgehen lassen solltest. Ich werde dir auch noch viele weitere Tipps und Tricks mitgeben, von daher wünsche ich dir ganz viel Spaß mit diesem Video. Und wenn du aus dem Kryptobereich deutlich mehr herausholen möchtest, dann würde ich dir empfehlen auf meiner Patreon Seite vorbeizuschauen, denn dort erwartet dich ein wöchentlicher Bericht mit bevorstehenden Projektstarts mit Potenzial, dann bist du bei so Brechern wie Solana von Anfang an mit dabei. Okay. Zudem stelle ich dir auch die besten kommenden NFT-Projekte vor, dann kannst du nämlich investieren, bevor es die ganze Masse macht. Ebenso stelle ich dir noch sehr kleine Projekte unter 5 Millionen Market Cap vor mit enorm viel Wachstumspotenzial. Tipps und Tricks gibt es natürlich auch noch und auch Einsicht in mein eigenes Portfolio mit Kaufansagen. Das alles solltest du auf keinen Fall verpassen, der Link ist in der Videobeschreibung. Wie ich gerade schon erwähnt habe, ist der Kryptomarkt in letzter Zeit ziemlich volatil gewesen und hat viele Kaufgelegenheiten geboten. Und genau für sowas solltest du immer Stablecoins an der Seitenlinie liegen haben, um da zugreifen zu können. Meiner Meinung nach sollte dein persönliches Portfolio aus 10% Stablecoins bestehen. Und diese kannst du dann nutzen, wie schon gesagt, um Dips zu kaufen und um ein konstantes Einkommen zu erzielen. Und ich weiß, was du jetzt denkst, wenn du Geld in Stablecoins liegen hast, dann kannst du ja gar keine Gewinne erzielen, weil du diese ja nicht investiert hast. Aber das stimmt nicht. Und wenn du es richtig anstellst, kannst du im Grunde eine ewige DIP-Kaufmaschine schaffen. Nun, wie kannst du dieses Wunder vollbringen? Ganz einfach, indem du deine Stablecoins zum Farmen und Verleihen verwendest. Natürlich gibt es unterschiedliche Risikoniveaus bei den verschiedenen Diensten und ich werde dir gleich ein paar Ideen geben, aber im Grunde genommen ist es in der Kryptowelt ziemlich banal 10% auf dein Geld zu bekommen. Angenommen, du hast 10.000 Dollar in Stablecoins, die 10% verdienen, dann sind es 1.000 im Jahr, die du dann für Dips verwenden kannst. Was aber, wenn du 20 oder 30% oder sogar noch mehr auf dein Geld bekommst, dann werden die Dinge sehr interessant. Das Anchor-Protokoll von Terraluna, das du jetzt schon die ganze Zeit sehen kannst, bietet dir fast 20% auf deinen UST-Stablecoin. Zu Anchor habe ich bereits ein detailliertes Video gemacht vor ein paar Monaten, das solltest du dir unbedingt mal ansehen, wenn du wissen willst, wie die die fast 20% garantieren. Und eine Plattform, über die noch gar nicht so viel gesprochen wird, ich aber super finde, ist Orion Money. Und die funktioniert eigentlich sehr ähnlich wie Anchor. Und diese bietet dir auch bis zu 20% auf deine Stablecoins. Nur bietet Orion Money dir noch mehr Möglichkeiten. Du hast zum einen UST-T, UST-C, BUSD, DAI und UST. Von daher solltest du die Plattform auf jeden Fall mal auschecken für ein hohes passives Einkommen. Du kannst aber auch die Beine Smart Chain benutzen, um Liquidität auf Ramp Defi zur Verfügung zu stellen. Ich werde dir natürlich alle Links in die Videobeschreibung packen. Und wie du hier sehen kannst, gibt es einen Stablecoin Pool. Und dieser ist schließlich risikoarm, denn du benutzt ja Stablecoins. Und da gibt es auch derzeit eine satte Rendite, die sich aber nach unten regulieren kann. Je mehr Leute da nämlich ihr Geld hineinpacken, desto weniger Rendite gibt es. Bei Anchor und bei Orion Money ist das anders, aber schau dir dazu auf jeden Fall nochmal mein Video zu Anchor an, da erkläre ich die Details dahinter. Als nächstes großes Thema möchte ich mit dir über die Layer 2 Skalierungslösungen sprechen, die in den letzten Monaten regelrecht explodiert sind. Und diese Grafik, die du hier sehen kannst, zeigt den Gesamtwert, der auf den verschiedenen Layer 2s gesperrt ist. Doch warum erfreuen sich die Ethereum Layer 2 Skalierungslösungen so großer Beliebtheit? Ganz einfach, die Gebühren sind viel günstiger und du kannst dennoch deine Lieblings-Apps nutzen. Zum Beispiel betragen die Gebühren für einen Token-Transfer auf der Ethereum Layer 2 Skalierungslösung Arbitrum nur ein Zehntel der Gebühren. Wenn du mehr dazu wissen willst, schau einfach mal in meinem letzten Arbitrum Video nach, da zeige ich, wie du das ganze Ding bridgen kannst und wie du ein Netzwerk auf Arbitrum erstellst und davon profitieren kannst. Und Binance hat auch angekündigt, das ist gar nicht so lange her, das zur Verfügung zu stellen, damit du das direkt auf das Netzwerk schicken kannst. Von daher, die Wege sind geebnet, das solltest du dir auf jeden Fall nochmal angucken, das Video, und da durchstarten. Und ein neuer Verbesserungsvorschlag, nämlich EIP 4488, könnte dazu führen, dass die Gebühren für Layer 2 Skalierungslösungen auf Ethereum noch weiter sinken. Es gibt zwei Gründe, weshalb du dich mit Layer 2 auseinandersetzen solltest. Der erste Grund wäre, dass du bei der Nutzung deiner Lieblingsplattformen, wie zum Beispiel Uniswap, eine Menge Gebühren sparen kannst. Natürlich werden noch nicht alle Apps unterstützt, aber es gibt eine ständig wachsende Liste. Mit HopExchange zum Beispiel kannst du dich in die beliebtesten Layer 2 Skalierungslösungen hinein und herausbewegen. Und es gibt sogar Gerüchte über einen Airdrop. Von daher ist es da sehr empfehlenswert, mal diese Plattform zu testen. Die zweite Möglichkeit ist, in die Plattform selbst zu investieren. Allerdings haben nicht alle von ihnen Token. Arbitrum, das größte nach Gesamtwert gesperrte Protokoll, hat keinen Token. Aber vielleicht gibt es ja eines Tages einen Airdrop. Und dadurch, dass du die Plattform nutzt, könntest du dich für diesen Airdrop qualifizieren. Und durch die Nutzung sparst du ja schon sehr viele Gebühren und qualifizierst dich noch für den Airdrop. Also hast du zwei Fliegen mit einer Klappe. Von daher ist das eine sehr, sehr starke Empfehlung von mir. Andere Skalierungslösungen wie Loopring und Immutable Eggs haben jedoch Token, die du kaufen kannst. Bei Immutable Eggs gab es nämlich auch einen Airdrop, der mittlerweile mehrere 10.000 Dollar wert ist. Wie du siehst, lohnt sich das durchaus. Allerdings haben Loopring und Immutable Eggs bereits eine Marktkapitalisierung von über einer Milliarde Dollar. Wenn du das Potenzial für mehr Gewinne haben willst, solltest du dich weiter unten in der Rangliste nach Unternehmen wie Metis, Hermes und Seller Network umsehen. Bitte bedenke aber, dass es nicht wirklich einen Bedarf für 20 Skalierungslösungen gibt und dass sich die Liquidität einfach um einige wenige Kernlösungen herum bilden wird. Es werden sich also nicht alle aktuellen Scaling Coins durchsetzen. Ich persönlich bin aber ein großer Fan von Immutable Eggs und glaube, dass das Ding noch deutlich mehr Potenzial hat. Und es ist ein Projekt, das meiner Meinung nach da ist, um zu bleiben. An der Stelle ist das aber natürlich keine finanzielle Beratung. Du musst immer deine eigenen Recherchen machen und nicht das Geld investieren, das du nicht hast. Aber ansonsten sehe ich da eigentlich keine Probleme, sich mit den ganzen Plattformen auseinanderzusetzen und Dinge auszuprobieren. Vielleicht hast du Glück und irgendwo ist auch ein Airdrop für dich dabei. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen, denn solche Videos werden für gewöhnlich leider nicht wirklich viel geklickt. Denn es ist schließlich kein Meme-Coin oder ein 100-mal-Coin-Projekt, das ich vorstelle. Aber solche Videos sind dennoch wirklich sehr viel wert, wenn du es richtig einsetzt. Und wenn du in die Plattformen deine Zeit investierst, mal herumtestest, einerseits kannst du extreme Gebühren sparen, andererseits kannst du eventuell einen Airdrop abgreifen, der mehrere 10.000 wert ist und du einfach mal nicht wirklich was investiert hast. Es ist geschenktes Geld, was hier in Deutschland, soweit ich weiß, ein Airdrop, sogar steuerfrei ist. Das sind riesige Chancen, die sich dir da ergeben und ich möchte dir mit solchen Videos einfach so eine Chance bieten, denn deswegen habe ich den Kanal auch gemacht. Ich möchte mein Wissen mit dir teilen, damit du im Kryptomarkt gewinnen kannst. Und solche Plattformen wie Anchor oder Orion Money, wo du wirklich so viele Prozente abstauben kannst, für deine Stablecoins, die dir ein passives Einkommen generieren können und du eventuell deinen Lebensunterhalt früher oder später damit generieren kannst. Es ist unglaublich viel wert, von daher würde ich mir wirklich freuen, wenn du meine Videos, auch wenn der Titel nicht so reißerisch ist, auch dennoch anschaust, denn der ein oder andere Tipp könnte wirklich, ja, lebensverändernd sein. Von daher hoffe ich, dass dir das Video gefallen hat und wir sehen uns im nächsten. Ciao!